Liebe Wiener, liebe Wienerinnen, liebe Wienenergieorinnen, es gibt viele offene Fragen. Von daher bin ich hier, um diese Fragen zu schließen und ich möchte einladen, Lehrkäufe zu tätigen. Es schaut nämlich so aus, die Maschek, die was Sie sicherlich kennen, sind im Herbst in diversen Lokalitäten in Wien unterwegs. Von daher wäre es gut, dass Sie sie leer kaufen, also die leeren Plätze vollkaufen. Von daher zögern Sie nicht, jetzt die Karten zu kaufen. Herr Bürgermeister, dafür interessiert sich keiner. Also ich, nicht ich, nicht keiner. Ja, Sie wissen, was ich meine. Na, dann gehen wir gleich maschek.org slash Termine. Kaufst du mir auch Karten, bitte? Wie viel brauchst du denn? Viele. 8.